Danken, dankt, hat gedankt. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Er hilft uns, die Arbeit zu erledigen. Sollen wir ihm offiziell danken? Er hilft uns, die Arbeit zu erledigen. Sollen wir ihm offiziell danken? Ich möchte dir für deine Hilfe vielmals danken. Nichts zu danken. Ich möchte dir für deine Hilfe vielmals danken. Nichts zu danken. Ich möchte Ihnen die Hilfe vielmals danken. Ich möchte dir für deine Hilfe vielmals danken. Vielen Dank.